Wir sind jetzt in der Kinderbetreuung, auf die Mamis und Daddies, die nicht auf der faulen Haut sitzen wollen, dass die auch mal anderthalb Stunden richtig schön trainieren können und die Kiddies, die können dann hier auch anfangen zu trainieren, bei unseren netten Mädels von der Kinderbetreuung. Und auch die Mitarbeiter haben hier wunderschöne Gemälde selbst gemalt, das ist meins. Und auch die Kinderbetreuung.